Wer hat jetzt abgekriegt? Ich beinahe. Ebo? Ja, gez. 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 Gez, Leute. 6 Punkte nur. Was bitte? Ja, aber es ist jetzt eh egal ob wir gewinnen oder verlieren, weil wir auf 1 auf Rating sind. Jetzt chillt mal. Hehehe. Hauber Besen raus und ab geht die Post. Meiner geht nicht. Scheiß gehofft. Ab gehts, Jungs. Soll sie zumindest zuerst. Er fliegt eigentlich eh ins Leben. Ich wollte schon mal was ich mache. Bleib mal bitte rechts drüben hier. Ja, bleib zusammen. Fokus. Danke. Da ist der Charme hier wieder. Ich zieh den. Nice. Oh, da war ja geil. Mautbar. In der Luft. Double grip von Wim. Nice. Auf DK. Mir steht immer noch das Maut. Ah, jetzt vorbei. Ja, die Shell. Scheiß drauf. Zieh den ran, den Nik. Worry, MS. Worry. Morty, bist du durch? Ich bin durch. Also bei euch jetzt. Der Carrier kommt auf der Seite drüben lang gelaufen. Wir, wir, wir switchen jetzt auf den Carrier. Wir switchen auf den Carrier. Wir switchen auf den Carrier. Er rupt mir jetzt nicht hier. Gibt ihn mal weg oder so. Oh, Carrier. Hast ein Tier jetzt? Black. Holy Pile hat den Liner. Ich erfriere sie ein. Holy Pile jetzt vier. Eingefroren. Hau den Worry weg jetzt. Go. Hey, der Liner ist an. Ich schau, Maske hier noch rein. Maske hier ist drin. Oh, ich hab... Ja, scheiße. Geh, Leben. Mach doch, Phobus, Alter. Das wird zu fett. Yo, switch. Switch auf, Bro. Ne, switch auf Mage. Auf Mage. Mach den Mage weg, go, go. Boah, der rupt nicht mit dir, Leute. Mach den mal weg, oder was? Warte, ich zieh ihn dir weg. Wo ist er? Zieh ihn dir weg. Ja, passt schon, passt schon jetzt. Auf Mage, Leute. Schieb mir mal den rupt raus, also bitte. Ja, nehm, wir hauen ihn jetzt raus. Ja, nehm, wir hauen ihn jetzt raus. So, ich hau am anderen raus. Nice. Und jetzt, ich zieh die Flag raus. Moment. 20 bis 30. Der haut ab. Und ich hab sie. So drauf. Was sind wir jetzt? H, komm. Der K ist durch, aber der schafft nicht mehr. Sehr schön. Okay. Okay. Da hätte ich ihn nochmal komplett gemacht haben, was wir wollten auf dem Deutsch. So scheiße, Carrie hat irgendwie die Wiese in den Schilfe gezogen. Ich dachte, wir kriegen ihn halt nicht. Carrie hat immer mich gesandt und mich zum Schwein gebracht und der Roach noch. Allein gehen noch kurz zum Überbrücken rein. Wo ist denn vor, die äh, die alte kleine Rotze? Na vor, du warst vorher was anderes, du warst doch kein Mensch. Ich war Ork, oder? Entschuldigung, mein Telefon. So. Äh, du warst was? Ork war ich. Was für Ork? Ein Ork war ich. Ja. Was, du, Ali, vorher auch schon? Nein, nein, nein. Machst du nicht einen Knomen oder so? Nein. Machst du keinen Knomen? Ein Knomen? Boah, ist er so klein, ey. Babam. Nice. LoL, 20 Punkte. Alle, geht's jetzt. So, jetzt mal nicht anmelden. Auch geht's jetzt. Jo, alle meine D200 Euro. Hi Leute, Porthy hier. Ja, wie man gesehen hat, habe ich es endlich geschafft. Mit Hilfe meiner Gruppe, äh, RBG-Wertung von 2,2k zu erreichen. Und, äh, mein Krieger darf sich jetzt, äh, Marshal nennen. Er trägt jetzt das Elite-Gier, äh, so wie die D2-Waffen. Jo, dafür möchte ich mich natürlich gerne bei allen Leuten bedanken, die da mitgelegt haben in den letzten Tagen, beziehungsweise Wochen. Äh, auch gestern Abend war ziemlich geil, äh, die Stimmung war cool und... Weitersohnen. Tschüss. Bis dann! what the story, das TV Gel tired? Dann Went lazubsch,ysztof Readings. Und, dass nachher demination. Wir werden jetzt morgen ir überrascht.